Entschleunigung, Sehnsucht im Fast-Food-Zeitalter und zentrales Thema in Nicole Ahlans Fotoarbeiten heimwärts. Die 37-jährige Künstlerin arbeitet gern gegen alle Regeln der Fotografie, Überbelichtung wird zum Stilmittel. Durch ihren bewussten Umgang mit Unschärfe und reduzierter Farbigkeit entstehen zarte, transparente Bildoberflächen, die viel Raum für Assoziationen lassen. Gemäldegleich wirken die Werke der Wiesbadnerin. Konkrete Formen lösen sich auf, emotionale Orte werden geschaffen. Nicole Ahlans wurde in diesem Jahr mit dem Albert-Hau-Eisen-Förderpreis ausgezeichnet.